Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 1. Dezember 2017? Die Scheinbewegung, die Sonne befindet sich in Tierkreis reichnen Schütze und hat einen Einfluss von Antares. Antares ist eine von den königlichen Sternen und bringt uns Glück. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreis reichnen Zwillinge und hat auch einen Einfluss von Aldebaran. Aldebaran ist auch eine von den königlichen Sternen und hilft uns die Augen zum Öffnen, zu Erkenntnissen, etwas klar und deutlich erkennen, die richtige Entscheidung zum Treffen. Mond bewegt sich im Tierkreis reichnen Stier, hat eine zunehmende Mondphase und hat einen Einfluss von Scheratan und Mesartim. Die beiden Sternen Scheratan und Mesartim galt damals vor einigen tausenden Jahren als Frühlingspunkt. Und dieser Frühlingspunkt verschiebt sich mit der Zeit. Natürlich benötigt man ein paar tausend Jahre, bis es so weit ist. Aber diese beiden Sternen Scheratan und Mesartim ist immer noch ein Symbol für Neubeginn, für Neuanfang und bestrahlt unserem heutigen Mond Bewegung. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreis zeichnen? Die Tierkreis zeichnen Stiergeborenen sollen sich orientieren, in welchen Richtung setzen sie ihren Kraft ein. Wenn das zu viel ist, zu stressig, dann fühlen sich die Stiergeborenen wie ausgebrannt, kraftlos und müde. Sie brauchen ein Ausgleich und es befindet sich ins Lebensfreude, ein Hobby oder in Freizeit etwas unternehmen. Das Glück ist da und die Stiergeborenen sollen das auch bewusst wahrnehmen, vielleicht auch etwas riskieren. Die Gespräche können undeutlich, unklar sein, aber es ist wichtig nachfragen oder zuhören. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen brauchen ein Gleichgewicht, liebe Partnerschaft, aber auch Arbeit, Beruf. Bei den Plätzen sollen die Zwillingsgeborenen aktiv sein und nicht zurückhaltend verhalten, sondern auf anderen zugehen, die Gespräche suchen. Wichtiger Thema wird auch in der nächsten Zeit die Liebe sein. Und es ist auch wichtig, dass die Zwillingsgeborenen bewegen, auf anderen zugehen, Gefühlen zeigen oder Gefühlen annehmen. Die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen ist ein gutes Gefühl heute, aber sie fühlen sich kraftlos und müde. Wo liegt die Kraft, was die Krebsgeborenen gerade hilft? In die Ruhe. Und das sollen sie die Krebsgeborenen auch beherzigen. Heute ist im Liebe Partnerschaft noch alles im Fluss. Ab morgen werden die Krebsgeborenen diesbezüglich etwas unsicher sein. Die Tierkreis zeichnen Löwengeborenen, haben heute ein ungutes Gefühl oder sie meinen, das läuft nicht so, wie sie das vorhaben, obwohl sie Kraft haben und Mut und kommen auch gute Gespräche, Veränderungen, Umbrüche. Und dieses ungutes Gefühl, was heute ist, geht bald vorbei, weil in den kommenden Tagen kommt schon die Leitigkeit, kommt die Bewegung oder die Bestätigung und auch der Erfolg. Die Tierkreis zeichnen Jungfraugeborenen verläuft gerade alles ruhig. In der Liebe Partnerschaft ist auch noch angenehm. Ab morgen werden da Einschränkungen sein. Was die Jungfraugeborenen hindert momentan, sind die Gespräche. Entweder fühlen sie sich missverstanden oder sie können andere nicht überzeugen von ihrer Meinung. Kann auch bedeuten, dass die Jungfraugeborenen warten auf ein Nachricht oder auf ein Termin oder warten auf einen Vertrag und es kommt noch nicht. Ein bisschen geduldig sein. Wichtiges Thema ist der berufliche Erfolg, aber auch eine Reise. Und diese Reise kann auch eine innere Reise sein. Eine Art Wandlung. Die Tierkreis zeichnen Wagengeborenen ist ein beruflicher Aufstieg. Die Kraft und die Mut ist da. Auch die Möglichkeiten und Chancen. Auch gute Gespräche. Auch gute Termine oder Verträge. Und in die Liebe Partnerschaft wird auch ab morgen besser sein. Also kommt auch die Begeisterung und auch etwas in Bewegung. Die Tierkreis zeichnen Skorpiongeborenen ist die Begeisterung da, etwas Neues zu beginnen. Kann auch eine Reise sein oder ein Neuanfang. Die Möglichkeiten sind da. Auch das Glück ist da. Auch die Unterstützung von außen. Ein Vertrag oder ein gutes Gespräch. Aber die Skorpiongeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher noch und sie sollen ihren Unsicherheit überwinden. Die Tierkreis zeichnen Schützengeborenen haben Kraft. Sie haben Mut. Sie haben Möglichkeiten und Chancen und wichtige Gespräche oder ein wichtiger Termin oder ein Vertrag. In der Liebe Partnerschaft bewegt sich ab morgen auch einiges. Das wird auch ein sehr wichtiges Thema sein bei den Schützengeborenen. Die einzige, was die Schützengeborenen hindert, das sind die eigenen Ängste, Zweifel oder Unsicherheit. Die Tierkreis zeichnen Steinbockgeborenen haben ein gutes Gefühl. Bewegt sich auch langsam etwas und diese Einschränkungen im finanziellen Bereich ist vorbei. Aber sie fühlen sich kraftlos. Und wo schöpfen sie die Kraft? In ihren Inneren. Und dazu brauchen auch die Ruhe. Finanziell verbessert sich etwas, kommt auch etwas im Fluss und ist auch ein Aufstieg. Und die Steinbockgeborenen werden auch wahrgenommen. Die Tierkreis zeichnen Wassermanngeborenen haben ein ungutes Gefühl heute oder Misserfolg oder das Gefühl, es bewegt sich gar nicht so, wie sie das wünschen. Obwohl die kosmische Energie ist wunderbar, nur dieser Mondeinfluss heute beschränkt ein bisschen die Wassermanngeborenen. Es kann auch die eigene Angst sein. In die kommenden Tagen kommt aber die Leichtigkeit, die Verbesserung, bewegt sich etwas im Liebepartnerschaft. Und das in die nächste Zeit, vielleicht nicht heute, aber das nähert sich. Dann haben sie Kraft und Mut und Glück und Möglichkeiten und Chancen und gute Gespräche oder ein guter Nachricht ist auch unterwegs. Die Tierkreis zeichnen Fischengeborenen, haben ein gutes Gefühl, auch Glücksmomente und Gewinnchancen. Aber die Gespräche, das sind nicht so gut momentan. Weil die Fischengeborenen fühlen sie sich missverstanden oder können ihre Meinung nicht vertreten, weil werden das nicht ernst genommen. Kann auch bedeuten, dass die Fischengeborenen warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Und in der nächsten Zeit werden in der Liebe Partnerschaft auch Einschränkungen da sein. Wo die Fischengeborenen Glück haben, das sind Gewinnchancen oder die Kreativität oder die berufliche Situation oder ein Umzug und all das in vertrauten Umgebung. Die Tierkreis zeichnen Wiedergeborenen, haben Umbrüche und Veränderungen und sie arbeiten auf einer Basis für ein Fundament. Und mit diesem Fundament kann man einiges beginnen. Und das ist die Stärke, jetzt gerade die Wiedergeborenen. Es sind auch gute Gespräche oder eine gute Nachricht. Und in die Liebe Partnerschaft wird in der nächsten Zeit auch sehr gut sein. Auch die Unterstützung kommt gerade und auch das Gefühl, das kommt langsam in Form. Das ist die Neubeginn. Die Wiedergeborenen sind noch nicht ins Ziel, aber es beginnt die ersten Schritte zu wagen. Und da machen sie gerade die Fundament. Einige Wiedergeborenen verändern sich wohnlich. Entweder eine neue Einrichtung oder das Haus wird renoviert, aber kann auch ein Umzug sein. Und das war mein Tageshoroskop. Und diese Tagesenergie ist natürlich allgemein, aber es besteht die Möglichkeit, das Maßgeschnitte anfertigen, berechnen. Und Sie können gerne die Fragen stellen, wie was kommt Jahr 2018? Was sind die Tendenzen, was passiert in einzelnen Monaten? Und das kann ich Ihnen ganz genau beschreiben. Unten bei der Beschreibung befindet sich meine Kontaktdaten. Dann möchte ich erwähnen meinen Shop. Da sind meine Waren und Sie können ab sofort schon bestellen. Und noch die Blitzberatungen. Was ist es? Wie funktioniert es? Haben Sie Fragen, wie zum Beispiel, kommt er zurück? Denkt er an mich? Soll ich in dieser Arbeit bleiben? Bin ich spirituell veranlagt? Soll ich mich umziehen? Und, und, und. Das sind Fragen, was den Alltag betrifft, aber auch sehr wichtige Fragen. Und ich beantworte diese Fragen auch blitzschnell. Sie schreiben mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Sie beschreiben Ihren Situation, stellen Sie Ihren Fragen oder Fragen. Bitte dazu schreiben die Geburtsdatum, wenn das möglich ist mit Uhrzeit und Geburtsort. Und ich beantworte diese Fragen blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Dendera Susanna Medici. Vielen Dank.